So viel ab Ey, das ist so krass Wie grob die sind teilweise nicht mehr normal Oh, 4 Continuous Alter, da bin ich gut Was jetzt? Die geht mir aber langsam hier Auf die Du gehst mir so auf die Nüsse, Olle Komm her Es kann doch nicht sein Hallo? Mann Skelette Ja, ich bin dann tot Och, nö Es ist irgendwie härter Ich bin dann So, ich setze das Magie ein. Mir ist scheißegal. Aufsache Besicht und das Wart. Ich setze es mal nochmal ein. Aber der Typ erinnert mich aber auch irgendwie an He-Man. Kennt ihr die Serie vielleicht noch aus den 90ern? Ich kenne die nicht noch. Da ging es auch um so einen Muskelheld in so einer Kleidung. Und muss immer so einen Ritter besiegen namens Skeletor, glaube ich. Zack, komm. Ah, füß. Verdammt, komm. So, jetzt will ich ein Leben haben. Oder irgendwas? Das ist mehr Magie ein. Ja, das war's. Da geht er down. So, ich setze mal Magie ein. Was hat der denn drauf? Der hat ja nur eine komische Attacke drauf. So, komm, geh auch tot. Ja, dann fülle ich noch ein Leben. Wunderbar. Es gibt einen Tod. Das kann man nicht. Was ist mal. Das kann man nicht. Das kann man nicht. Was ist mal. Wie viele Stages hat das Spiel? Fünfte Stage. Todesberg. Der Bank. Dead Mountain. Spannende Musik So, die sind schon mal Geschichte. So, die sind schon mal. So, anstrengende Gegner, aber ich glaube, sind schon fast im Finale des Spiels, wenn ich mich nicht täusche. Man, der zweite Teil war sehr groß, da ich vielleicht 24, 25 Minuten gebrauche. Der hat ja nur goldene Axt, oder? Ja, dann bist du schon wieder tot. Leck mich. Aber ich lasse mich nicht so einfach besiegen. Don't die McCoyle. Okay. 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 Oh. Okay. Okay. Und zwar, die perception. Das war's für heute. Ach, ich bin schon wieder tot. Da oder da? Das war's für heute. Hast du ein Leben gekriegt? Geil. Einfach mal ein Leben. Das ist so nett. Was ist denn? Das war's für heute. Wie der Auswasch. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.